Hey, ho Freunde, wir können wieder zurück zu einer neuen Folge Roblox mit der Easy Cheesy. Was geht denn? Hi! Heute machen wir was ganz besonderes. Und zwar, wir sind nämlich an einem Tempel angekommen. Und dieser Tempel ist ein riesengroßer ägyptischer Tempel mit vielen verschiedenen Aufgaben. Was für ein schöner Tempel. Und Izzy und ich müssen da jetzt Diamanten klauen. Die Aufgabe in diesen Tempeln ist es, jeweils immer ein paar Diamanten zu klauen und dann mit der Beute abzuhauen. Das heißt also, Izzy, es reicht nicht aus, wenn wir die Diamanten klauen, sondern wir müssen mit den Diamanten auch aus dem Tempel hinauskommen. Und am Ende wird einem sogar so ein Monster irgendwie versuchen hinterher zu kommen. Hier ist gerade so ein Modus Mittel, da können wir spielen. Oder wir können mal einen Modus Leicht ausprobieren. Oder einen Modus Schwer. Wollen wir erstmal leicht auswählen, weil Mittel scheint irgendwie ein bisschen voll zu sein. Ja, das mal machen. Wir werden uns mal so einen leichten Modus zu zweit einfach mal ausprobieren, okay? Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Hier hast du auch C Leben, um irgendwie erstmal zu sterben und so ein Kram. Wir können dann hier, guck mal, wenn der Timer hier, glaube ich, ausläuft oder sowas, geht es dann so richtig los. Oh, oh, okay. Also auf jeden Fall müssen wir dann am Ende diese ganzen Steine mitnehmen und dann da rauslaufen. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, aber wenn wir das schaffen, dann kriegen wir auch Punkte in diesem Spiel und können dann am Anfang in der Lobby, können wir dann einkaufen gehen. Das wird richtig cool. Dann können wir auch so Haustiere und sowas kaufen. Und es gibt hier irgendwie noch so ein Pet Inventory und sowas. Ja, genau, mit dem Pet Inventory. Es geht los. Oh, okay, es geht los schon. Oh Mann, zwei, eins. Okay, die Tür geht zu. Oh mein Gott. Ah, die Tür kommt nicht mehr mit rein. Ah, okay, das ist mal so eine unsichtbare Wand. Okay, Temple of Chaos, Temple of Faith. Okay, lass mal Chaos nehmen. Chaos sieht cool aus. Dafür wäre ich nicht. Ja, die sieht hübsch aus. Abstimmung für eins. Oh, okay, es geht los, es geht los. Wir müssen jetzt sogar schon loslegen. Hä, bist du schon drin? Oh mein Gott. Nein, ich lade noch. Aber ich bin schon durch. Ich bin schon am Rennen, Izzy. Ah, langsam mal PC, Izzy. Ich nehme die rechte Tür. Wir müssen jetzt, jeder muss eine Tür nehmen. Und dann musst du hier diese kleinen Obby-Sprünge machen. Und dann, wenn du das geschafft hast. Oh, warte. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe sogar meinen Ton gerade im Spiel noch nicht aktiviert. Oh mein Gott. Hier wird man mit Pfeilen und sowas abgeschossen. Bei mir sind es so Bogenschützen. Die schießen mit Pfeilen auf mich. Oh mein Gott. Okay, ich habe den ersten Medaillon geholt. Warte mal. Ich muss mal gucken, dass ich hier ein bisschen die Sounds aktiviere. Warte. Und alle, hopp. Oh yeah. Jetzt geht es hier richtig los mit Sound und sowas. Und nicht vergessen, Izzy, neben dem Ding, was... Achso, gewöhnliche Truhe benötigt einen Schlüssel. Hey, ich habe gar keinen Schlüssel. Hast du einen Schlüssel? Ich konnte einen zu öffnen. Ich habe acht Schlüssel. Du musst E drücken eigentlich. Ich habe E gedrückt, aber ich habe keinen Schlüssel gehabt. Echt? Für die eine Truhe habe ich einen Schlüssel gebraucht. Oh nein. Bist du da in der Mitte durchgelaufen? Ja, da bin ich lang. Warte mal. Soll ich die Truhe öffnen, die da ist? Äh, ja. Versuch mal, wenn du noch einen Schlüssel oder sowas hast. Ich gehe mal weiter. Oh, das ist hier so spannend mit dieser grünen Lache und sowas in der Art. Oh, guck mal. Da sind irgendwelche leuchtenden Dinger. Achso. Ah. Diese Dinger, die wir eingesammelt haben, die fliegen hier zu diesen Palmen hin. Okay. Ich habe den Ort gefunden, wo die hingebracht werden. Oh, und hier ist auch irgendwie ein Rätsel oder sowas mit so grünen Sternen. Und da ist, glaube ich, auch eine Truhe. Äh. Das sind so voll die schwierigen Sprünge. Obwohl das hier, ähm, erst die leichte Karte ist. Ah. Ja, mega. Ich bin runtergefallen. Hä? Aber ich frage mich vorher, ob man die Schlüssel bekommen kann. Oh, Mist. Ich weiß nicht. Ich hatte von Anfang an zehn Schlüssel. Vielleicht kannst du die kaufen. Ah, oder du, ja, okay. Oder du bist der Schlüsselmeister und ich bin irgendwie dafür da, die, äh, ich weiß ich nicht. Ich, ich habe nämlich gar keine Schlüssel. So, warte. Aber ich kann auf jeden Fall hier diesen kleinen Diamant da holen. So, der fliegt jetzt übrigens da wieder zurück zu dem Ort, wo er hingehört. Mist, ich kann die Truhen nicht öffnen. Warum habe ich keine Schlüssel? Das ist das Grüne hier. Ja, nur auf das Grüne. Oh nein, nur auf das Grüne. Ja, nur auf das Grüne. Oh nein, okay. Und hier ist noch? Und da, da kann man, glaube ich, nochmal weitergehen. Ja, wir haben nämlich schon drei Kristalle gefunden und wir brauchen noch zwei weitere Kristalle, damit wir hier das Level freischalten können und dann noch aus dem Tempel rausrennen können. Oh, oh, Izzy. Hier sind so riesengroße Messer, die so schwingen. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum muss das hier alles... Oh, hier ist sogar Feuer, was aus dem Boden rauskommt. Oh, diese Tempel müssen ja immer so brachial gebaut sein. Oh Gott, oh Gott. So, und so, und so. Ja, ja. Ich hab die nächste Truhe. Ich hab auch den nächsten Punkt. So, aber ich hab leider auch keinen Schlüssel hier für die gewöhnliche Truhe. Okay, ein Kristall fehlt uns noch und danach müssen wir hier irgendwie rauskommen. Ja, der eine Kristall, der geht raus. Und ich glaub, der ist bei mir hier ganz am Ende. Ja, ja, ich hab ihn gefunden. Hier sind so Kreissägeblätter, wo man dann auch so über Spitzen und sowas springen muss. Oh, ich seh's. Okay, okay, okay. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Pass auf. Oh, Roman. Oh, Alter, ich rushe hier grad so richtig durch. Ja, okay, hier ist jetzt Feuer wieder. Ganz vorsichtig. Und danach müssen wir rauslaufen, okay? Das ist jetzt wahrscheinlich der letzte. Oh Gott, oh Gott. Da machen die nochmal einen schwierigen Sprung zum Schluss. Okay. Oh, hier ist eine gewöhnliche. Ey, Izzy, komm rüber und mach mal die Truhe hier auf die grüne. Komm, das kriegst du hin, weil du hast sogar die Schlüssel hier für alle. Okay. Ich hab jetzt den fünften Stern sozusagen fertig gemacht. Und jetzt müssen wir nur noch diese Truhe hier eröffnen. Mal gucken, was da so drin ist. Vielleicht ist der... Oh, nein. Oh, nein. Izzy, der letzte Sprung. Egal, egal, egal. Oh, ein Mist. Jetzt lass hier rauskommen. Okay, wir haben alle Relikte gefunden. Jetzt schnell aus der Tür abhauen, bevor wir gestappt werden. Hier ist die Tür, Izzy. Renn, renn. Wir müssen schnell ins Weiße da reinlaufen. Ich sehe das Licht. Ja. Oh, okay, 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 okay. Wir sind aus dem Tunnel draußen. Yay. Oh, Gott. Oh, riecht gut. Okay, riecht gut, riecht gut. Oh, yeah. Okay, Izzy, dann würde ich jetzt nur sagen, das war jetzt eine gute Einführungsphase. Ähm, jetzt gehen... Ach, guck mal, hier ist sogar der Schlüsselshop. Ah, ja, okay. Das heißt also, hier kann ich mir nochmal fünf Schlüssel kaufen. Okay, für die schwierige Map jetzt, für das Hard-Level, habe ich mir jetzt auch fünf Schlüssel gekauft. Und jetzt, Izzy, müssen wir uns konzentrieren. Ab geht's ins rote Level. Ich bin in das rechte rote Level reingegangen. Du willst ins Schwer gehen wirklich? Wir machen jetzt schwer. Wir machen jetzt schwer. Wir müssen das schaffen, Izzy. Oh, okay. Einfach volle Kanone durch, okay? Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Okay, ich bin da. Also, wir haben noch 16 Sekunden Zeit. Okay, Leute. Oh, mein Gott. Wir sind die einzigen. Das wird crazy. Also, wir müssen hier echt auf einiges... Also, ich habe hier auch noch nie jemanden gespielt. Also, nur gesehen. Alle spielen immer nur Mittel. Weil alle haben Angst vor dem schweren Level. Weil das schwere Level ist... Ich glaube, weil ich fand, selbst das leichte Level war nicht einfach. Okay. Was wollen wir davon spielen? Wollen wir Pirate Pillar? Ich weiß nicht. Du darfst aussuchen, was du willst. Für mich sind alle drei gleiche. Pirate klingt richtig cool. Okay, dann lass Pirate nehmen. Okay. Ja, das machen. Oh, mein Gott. Okay. Es geht los, Izzy. Renn los. Renn los. Okay. Wir müssen uns aufteilen. Ich gehe in das erste rein. Du gehst in das zweite rein. Okay? Das zweite. Okay. Okay. Wir haben nur zwei Minuten Zeit für die Map, Roman. Ja, wir haben nur zwei Minuten Zeit. Ich weiß. Ich verstehe selber nicht, wie wir das schaffen sollen. Aber wir müssen jetzt hier durchrushen. So, als ob wir kein Ende mehr kennen. Du darfst auf gar keinen Fall runterfallen, weil wir sonst... Ich bin gestorben. Du bist gestorben? Oh, mein Gott. Ich habe schon die erste Truhe geöffnet. Okay, okay, okay. Also, bist du komplett tot? Ich bin raus. Nein! Ich bin auch komplett raus. Nein! Okay, let's go, let's go, let's go. Willst du die erste Tür? Okay, ich nehme die erste. Ich nehme die erste. Du machst die erste. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. Das ist einfach nur wie eine Pro-Obi, aber wir müssen einfach nur verstehen, was wir hier tun. Oh Gott. Das sind... Ich glaube, wenn man das das erste Mal macht, dann ist das umso schwerer. Ja. Wie sie nicht sterben. Ich versuche es. Schnell und einfach. Okay, ich habe den ersten gefunden. Ja, ich habe den zweiten. Okay, und jetzt ganz simpel wieder zurücklaufen. Krass, man muss hier sogar zurücklaufen. Das ist echt richtig schwierig, Mann. So, okay. Ich komme gerade vom ersten Level wieder zurück, Izzy. Ja, super. Ich gehe ins dritte. Okay, ich gehe ins dritte und du gehst ins vierte, ja? Ja. Okay, 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 okay. Wir haben schon zwei Kristalle gefunden. Oh, geschafft. Ich auch, Izzy. Okay, let's go. Jetzt aber Konzentration, Izzy. Konzentration. Eine Minute noch. Boah, das wird richtig knapp. Richtig knapp, richtig knapp. Oh, ja, 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 ja. Einfach komplett durchlaufen. Okay, mein Level... Aber ich glaube, man schafft es gar nicht zu zweit. Doch, man kann das schaffen. Man kann das schaffen. Ich habe schon fast den zweiten. Mein Level ist fast geschenkt gewesen, was ich hier hatte. Okay. Oh, dann gehe ins fünfte, wenn du fertig bist. Ich gehe ins fünfte. Ich mache das fünfte. Okay, ich habe den dritten schon. Meins war wie geschenktes Level. Boah, meins war richtig schwer. Ist richtig schwer. Alle beide. Okay, dann versuch aber einfach nur zu holen und nicht zu sterben. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Okay, okay, dann komm zurück. Ich versuche jetzt das fünfte. Okay, okay. Du schaffst es. Noch 30 Sekunden, noch 30 Sekunden. Nein. Das wird so knapp, das wird so knapp, Izzy. Ich sage es dir, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Mist, 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 Mist. Mir kommen da jetzt... Komm, die Sperre raus. Oh, Izzy, das wird so schwer. Bitte. Und? Ich versuche, ich renne wie ein Verrückter. 17 Sekunden, oh mein Gott. Okay, okay, okay. Geh schon mal zum Ausgang. Geh schon mal zum Ausgang. Ich habe es, ich habe es, ich habe es, ich habe es. 8 Sekunden noch, ich schaffe das nicht mehr. Izzy, es ist so schnell. Mach auf. Ich habe schon aufgeworfen. 3, 2, 1. Diebe, ich komme euch holen, sagt er. Oh mein Gott, ich muss hier schnell raus. Ich muss hier schnell raus. Oh, bitte, bitte, bitte. Komm, 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 komm. Ich muss hier schnell raus. Ich muss hier schnell raus, Izzy. Komm hier her, hier muss es aufgehen. Ey, es geht auf, es geht auf, es geht auf, es geht auf, es geht auf. Yeah. Wow. Alter. Oh mein Gott. Das war so schwer, Izzy. Abgefahren. Wow. Ey, Izzy, ich würde dir jetzt gerne einen High Five geben, aber in Roblox gibt es die Funktion gerade nicht. Alter, war das gerade krass. Wir haben das ja richtig geholt, das Ding. Okay. Sehr gut. Warte mal, was gibt es denn hier noch? Man kann sich ja auch ein Haustier kaufen. Ich glaube, wir haben sogar inzwischen genug Geld, um uns hier noch ein Haustier zu holen. Mal schauen. Oder? Ah, nee, man muss sich hier so kleine Punkte verdienen oder sowas. Golden Square. Warte mal, ich kaufe mir mal für 35 Robux mal Kristalle, so fünf Stück. Und jetzt kann ich mir ein kleines Haustier kaufen. Warte, Tiershop, nochmal kurz rauslaufen und wieder reinlaufen. So. Und jetzt hole ich mir mal hier so ein kleines Haustier. Mal gucken, dann kann man sehen, was man damit machen kann. So, kaufen. Ja, gekauft. Oh, die sehen voll süß aus. Equip. Kann man das equippen? Ja, hier. Equip. Und dann habe ich... Oh. Ja, das ist so ein kleiner, goldener Block. Oh, der sieht voll cool aus. Der glitzert sogar so. Hey, finde ich nicht schlecht. Okay. Ähm, Leute, das war Temple Run. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wir haben einmal leicht gewonnen und einmal schwer. Und die schwere Map, oh, die war schon an manchen Stellen ganz schön crazy. Und da musste man sich auch wirklich beeilen. Nein, aber wir haben es geschafft. Okay, Leute. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge Roblox wieder. Haut rein, Leute. Ciao. Bis.